Ich weiß ganz genau, was Sie vorhaben. Ja, dann wissen Sie auch wieso. Weil Sie gerne Spielchen spielen. Nein, Theresa, das ist kein Spiel. Sie laden eine sterbende Patientin bei mir ab. Wollen Sie mich quälen, ja? Frau Graf braucht Sie. Und Sie brauchen Frau Graf. Ich habe gerade meine einzige Verwandte verloren. Und eine Patientin, die im Sterben liegt, ist im Moment das Letzte, was ich gebrauchen kann. Und den Text. Und den roten Faden. Ja, das kann ich verstehen. Und alles wegen Ihrer Scheißspielchen. Ja.